Hallo? Hallo? Wie komm ich denn jetzt aus... Hallo? Lara, pass auf. Ja, da in die Richtung. Zieh deine Waffe. Erledige den mal kurz. Äh... Hi. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist hier los? Was ist das denn? So tumbleweed mäßig. Für Inkompetenz haben wir Zeit. Ich bin stärker. Ich kann hinüberspringen, aber ich bin noch nicht stark genug. Willkommen in Paris. Ja, die Welt ist schlecht. Ich bin nicht stark genug. Wie komme ich in den Club? Wie komme ich in den Club? Club, Club, Club. What the fuck are you talking about? Fuck the what? Du hast die Kiste übersetzt. Wie komme ich in den Club? Gefistet mit der Kiste. Wenn es dunkel wird. Wie heißen sie eigentlich? Arsch. Habe hier den größten Dobermann, den sie jemals gesehen haben. Er ist klein. Yeah. Klein genug, um ihn in einem Scheinwerfer über der Bühne zu verstecken. Lara stinkt. Machen sie keine Witze über das Monster. Penis. Daran kann ich hochklettern. Für 160 Euro? Die Welt ist schlecht. Was war das?